ist das hier cool ich mal ein wanderweg der ein bisschen interessanter ist so wir machen jetzt den avalanche irgendwas track auf zur spitze ich glaube 1800 irgendwas meter wird glaube ich lang werden frau meinte sechs stunden schauen wir mal da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wir sind uns nicht ganz sicher, ob es da lang geht oder hier lang geht. Nein, hier geht es auch nicht weiter. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt nicht so direkt der richtige Wanderweg. Was sieht ganz cool aus mit dem Eis in dem Wettschau. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt nicht so direkt. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt nicht so direkt. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt nicht so direkt. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt nicht so direkt. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt nicht so direkt. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt nicht so direkt. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt nicht so direkt. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt nicht so direkt. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt nicht so direkt.